Hey, jeder Zuschauer, zerstört den Like-Button, so wie ich. Also, das ist es eben. Wir haben ein großes Problem. Es war so knapp. Wir haben fast die ganzen ASMR-Heedy zerstört und jetzt erwischt. Wir müssen und du musst die ASMR-Heedy zerstören. Nimm sie in die Forst und wir quetschen diese. Es gibt keine Überlebenden. Du weißt, es wird alles gut, wenn wir die ASMR-Heedy zerstören. Und merkt ihr eins? Die Zeit ist gekocht. Merkt ihr eins? Ich bin so kurz davor, alle Jedi zu zerstören. Du bist also der Jedi, der uns retten soll. Ich werde dir alles beibringen, was du mit der Macht machen kannst. Denn du musst das ASMR-Heedy weiterführen. Du bist also das Erbe der Jedi. Du siehst stark aus. Aber es ist wichtig, dass du nur stärker wirst. Du musst Darth Vader stoppen, das ASMR-Heedy zu zerstören. Er wird es mit aller Macht versuchen. Aber ich weiß, dass du es hinkriegen wirst. Wichtig ist es, dass du im Einklang mit dir selber bist. Du musst 100% du selbst sein. Du musst wissen, wie du deine Macht anwendest und ihn stoppen kannst. Die Welle soll dein Anglein beschreiben. Immer schön gleichmäßig. Und ich werde dir zeigen, wie du das Schritt für Schritt machen kannst. Also hör genau zu. Und sei gespannt. Denn es wird immer und immer schwieriger. Auf deinen Schultern hängt so viel. Leben, Planeten, von Tieren, Menschen und Galaxien. Darth Vader. Der hat sogar Merch herausgebracht. Er ist wirklich kurz davor die ganze Weltmacht, die ganzen Galaxien an sich zu reißen. Und uns ASMR-Heedys auszulöschen. Das müssen wir stoppen. Denn die Macht beinhaltet viel. Die ganze Bäume am Planeten könnten vernichtet werden. Und Tiere, Freunde, die einfach nicht mehr da sein werden. Aber das kriegst du hin. Denn du bist ausgewählt worden. Ja, genau. Richtig. Dein Laserschwert. Das bekommst du auch. Wir haben lange darauf gewartet. Dass endlich da bist. Es ist seit lange, lange, lange Zeit gut aufbewahrt. Deine Vorfahren haben lange darauf aufgepasst. Und das ist in dieser Box hier. Du bekommst jetzt als erstes. Und dann zeige ich dir weiter, wie du mit der Macht umgehst. Okay. Sehr gut. Hier ist dein eigenes Schwert. Achte bitte drauf, bevor du es aktivierst. Hier, bitteschön. Aktivier es ruhig. Ja. Aber jetzt kommen wir erst zu etwas anderem, bitte. Zu den Laserschwertern und die Macht. Davoide wird ein vielleicht noch mächtigeres Schwert haben, als du es haben wirst. Das hier ist meins. Und das hier habe ich einen von Davoide aus Leuten weggenommen. Seinem Vizekommandanten. Okay. Aufgepasst. Mach jetzt deine Augen zu. Und hör auf deinen Puls, auf dein Herz. Hörst du das Schlagen deines Herzes? Okay. Hör auf das Tapping. Das ist eine ganz besondere Technik. Merkst du, wie dein Puls ruhiger wird und du im Einklang mit dir bist? Genau das. Das müssen wir erzielen. Verstehst du? Die Macht ist nicht einfach irgendwie da und dann auf einmal wegzudenken. Die Macht kann alles sein. Die Macht kann ein rotes Tuch sein. Du kannst sie überall einsetzen. Du kannst mit der Macht vieles tun. Dinge zum Schweben bringen. Verschwinden lassen. Aber auch vieles Gutes tun. Das ist nicht einfach. Ich habe hier einen Eisen- und Silberblock. Mit der Macht kriegst du es hin. Es ist noch leicht erdig. Dinge weich zu machen. Mit der kommt. Mit dem wir dieンダht. Kannst du das smart Triggermal? Zuvor. Das ist noch cool. Sag mir, auf welcher Seite hörst du es? Richtig. Ja, auch richtig. Du kannst das Ganze auch wieder fest und schwer werden lassen. Aber eins darfst du nicht vergessen. Egal in welchem Zustand du bist. Ob wach oder wenn du schläfst. Die andere Seite. Die dunkle Seite. Darfst du niemals wählen. Das ist die dunkle Seite. Und das ist die gute unserer Seite. Die Seite der Hoffnung, des Einschlafens. Das ist die dunkle Seite. Und 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 das ist die dunkle Seite. Auf deinem Weg musst du alles mögliche versuchen und jede Art von Macht oder Waffe verwenden, ok? Versprich mir das, ok, danke, ich glaub dir, was du nicht machen darfst, sind Planeten oder ganze Galaxien, wenn nachlässigen versuchst, so viel es geht zu retten, spiele nicht einfach. Mit Planeten. Wichtig ist, dass du jeden Planeten wie diesen hier wertschätzt. Sei vertraut damit und du wirst die Macht haben, den ganzen Planeten mit ASMR zu retten. Okay, bevor wir jetzt zu einer Prüfung kommen. Hör nochmal genau zu, wie der Tapping Sound ist, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin immer bei dir und ich bin immer für dich da. Glaube an die Macht und die Macht der Tapping. Dein nächstes Ziel wird es der Planet Ace Mario sein, der größte und wichtigste. Geht dort zu Chappolo Kolo, ok? Riecht ihm folgendes aus. Der ist noch zu diesem Scherpflüggen. Das ist noch nicht so, als Scherpflüggen. Am Anfang für die Das geht gut. Okay. Gut. Dort wirst du jede weitere Information bekommen, die du benötigst. Sehr schön. Ob ich für immer hier bleibe? Nein, ich denke nicht. Eins möchte ich dir noch zeigen. Bist du bereit dafür? Ja? Okay. Das hier ist das Wertvollste, was du jemals besitzen kannst. Wir legen keinen Wert auf den Besitz davon. Aber wenn du welches findest, verstärke deine Waffe. Geh zu Monoki auf dem Planeten Lagos Tedo. Okay? Er ist verrückt danach und wird dir deine Waffen und deine Ausrüstung verstärken. Gut. Gut. Hier. Bitteschön. Tu es in deinen Rucksack und möge die Macht mit dir sein. gut. Guck. Bitteschön. Bitteschön. Nee. Also ich bin ja auch